hallo ich habe post bekommen ich mache die graben eben auf da ist ziemlich gut Und es ist Bending Woods. Wood Bending Handbook ist ein altes Buch, kenne ich schon. Mit der berühmten Wendeltreppe, genau. Das ist schon etwas älter, aus dem Jahr 1970. Ich möchte gerne Stuhl machen mit gebogenem Holz. Das ist schon etwas älter, aus dem Jahr 1970. Das ist schon etwas älter, aus dem Jahr 1970. Und das ist schon etwas älter. Und das ist schon etwas älter. Und das ist schon etwas älter. Ja, sehr schön, freue ich mich. Das schneide ich auch mal aus. Das ist auch ein Nachweis meiner amerikanischen Qualifikation als Ingenieur. Und es ist über den Zoll gegangen, weil es kommt aus Spanien. Das ist auch ein Lieferschein. Das kommt aus Großbritannien, wo es über Spanien eingeführt wird. Na ja. Sehr schön. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später.